Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben jetzt keinen Kalima, es ist zwar sehr trockene Luft im Moment, hier sieht man auch den Risco Blanco noch ganz deutlich über dem Riesenrad, den weißen Felsen und solange man den erkennt, ist kein Kalima. Ganz sicher nicht, das ist mein Erkennungsmerkmal, hier das Riesenrad und über der höchsten Gondel, das seht ihr hinten den weißen Felsen, Risco Blanco. Aber es ist sehr heiß geworden, die Temperaturen waren ja angesagt 28 bis 29, 30 Grad, aber wir haben jetzt über 30 Grad. Also es ist sehr plötzlich gekommen und es ist auch nicht angenehm, jetzt hier in der Sonne zu stehen. Sportliche Aktivitäten, das sollte man jetzt auf keinen Fall machen. Und ich werde auch nicht lange unterwegs sein, denn ich fahre jetzt ganz einfach, mache eine Runde und zeige euch das hier. Ich wollte nach Pleia fahren, aber nein, das tue ich mir nicht an. Ich zeige euch hier ein bisschen was und rede auch ein bisschen über Vermietungen, denn das ist das Thema, was alle und jeden interessiert. Das war jetzt der Moment, das ist auch kaputt. Das ist jetzt auch kaputt. Ja, 33,5 Grad zeigt das Thermometer jetzt hier gerade an. Ich habe es also nicht in der Sonne, sondern es ist hier im Schatten in der Tasche bei mir an der Seitenbox. Und wir schauen mal, ob es noch weiter steigt. So, ich wurde ja immer wieder oder werde gefragt wegen Langzeitanmietungen. Das heißt, die Menschen, die jetzt hier ein halbes Jahr, ein Jahr überwintern wollen, wo man da am besten bucht, auf welchem Portal. Ich kann euch keine Webseite nennen, kein einzelnes Portal. Es sind ganz einfach mehrere. Zum Beispiel Idealista, das bekannteste hier in Spanien. Inwiefern die Angebote aktuell sind auf solchen Seiten, das ist natürlich eine andere Frage. Oftmals stehen von Privat oder geschäftlich Annoncen drin, die gar nicht vorhanden sind. Das bedeutet, man versucht somit eben dann Kunden zu bekommen, indem man sagt, ja, das ist jetzt gerade vermietet oder gibt es nicht mehr. Aber wir haben was anderes. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ja, der Wind wird immer kräftiger jetzt. Ich würde ganz einfach empfehlen, dann ein hiesiges Büro zu nehmen. Jemand, der hier vor Ort ist, den man besuchen kann, wo man einen Ansprechpartner hat und nicht irgendwas Anonymes, sondern wenn ich was jetzt im Playa de Ingles buchen will, dann gehe ich in ein Büro in dieser Nähe. Wenn ich was in Paspalomas haben möchte, genau das Gleiche. Oder man besucht eben die Webseiten, wie hier zum Beispiel haben wir zwei Anlagen. In den beiden Anlagen ist Mietobjekte, sind zur Zeit verfügbar. Und zwar die Anlage El Palmaral. In dieser Anlage, da habe ich zwei Objekte jetzt gesehen. Da sind noch die alten Fotos drin, teilweise von der Vermietung früher, wie es früher ausgesehen hat. Und da könnt ihr dann direkt, sind glaube ich sogar Eigentümer, anschreiben. Oder eben Vermittler. Aber da habe ich jetzt überhaupt keinen Einfluss und keine Idee. Und dann hier drüben, die Anlage Vista Golf. Auch hier sind mehrere Objekte in der Vermietung. Das heißt, da muss man sich dann die Mühe machen, rauszufinden, in welchem Portal, auf welcher Seite oder generell auf Vermietung gehen. Aber eine bestimmte Seite oder Webseite, Adresse kann ich euch nicht nennen. So, wir fahren jetzt hier nochmal ein bisschen und dann auch nach links Richtung Shopping Center Fahrrad 2. So, hier auf der linken Seite, da ist die Anlage Verdemar mit V geschrieben. Auch in dieser Anlage sind mehrere Objekte angeboten für Langzeitmietung. Das heißt, für die Vermietung von mehreren Monaten, für die nächste Saison. Es ist sehr häufig so, dass die Spanier, die Eigentümer, die Objekte im Sommer selber nutzen wollen und dann im Winter in die Vermietung geben. So, und hier die Anlage Bungalows Verdemar mit V geschrieben, Verdemar. Ich verstaue eben mal mein Neko wieder aus der Hand raus. So, und da müsst ihr euch dann die Mühe machen, dasselbe rauszufinden. Auch war ein Kommentar, der bezog sich auf, ich lasse mal den Wortlaut so ungefähr, drei Monate mieten und man bekommt überhaupt keine, oh, wie heißt es, Auskunft oder keine Angebote, die wollen alle fünf und sechs Monate vermieten. Jetzt müssen wir mal die Lagen, die wollen vertauschen. Das heißt, wir machen es mal andersrum. Ihr seid jetzt die Vermieter, dann wollt ihr doch auch lieber für fünf oder sechs Monate am Stück vermieten. Sicher kann man drei und vier Monate oder zwei Monate mieten, aber erst wenn, ja, ich sage ganz einfach mal, wenn es klar ist, dass man keine fünf oder sechs Monate am Stück vermietet. Also werden die Eigentümer immer erst mal ein bisschen abwarten und sagen, so, wir gucken mal, ob wir jemanden für fünf, sechs Monate kriegen. Und wenn nicht, dann vermieten wir eben für die restliche Zeit. Auch wollen die meisten dann eben die Hauptsaison haben, Dezember, Januar, Februar. Ja, und genau die Anschlussmonate, die fehlen dann. So, ich fahre hier lang, wo ihr bestimmt noch nicht oft gewesen seid. Das ist der Campo International. Und hier gibt es auch viele schöne Privathäuser. Links ist die Anlage Sunny Golf, vis-à-vis vom Faro und die Anlage Kibi. Da fahren wir jetzt mal hin. Auch in der Anlage Kibi gibt es im Moment Mietangebote. Das ist sie aber nicht hier. So, es wird Zeit, mal auf unser Thermometer zu schauen. So, ich habe es hier 34,5 Grad, zeigt es jetzt im Moment an. So, und das ist mir jetzt eindeutig zu warm. So, ich fahre jetzt direkt. Erstmal fahren wir zu Martin und Sabine noch, damit ihr wisst, wo die ihre Praxis haben. Nämlich hier in der Straße rechts. Martin und Sabine Sondermann. Osteopath und Heilpraktikerin, die sind hier auf der rechten Seite zu Hause. So, und auf der linken Seite, das ist die Anlage Kibi. Auch in dieser Anlage gibt es im Moment Angebote für die Vermietung von Wochen bzw. Monaten. Das ist die Anlage Kibi. So, und wir fahren jetzt Richtung Shopping Center und dann geht es auch direkt zurück. So, hier zum Beispiel in der Anlage Sunny Golf. Da weiß ich, da wurde letztes Jahr ein Bungalow vermietet für 2000 Euro, für ein halbes Jahr 2000 Euro pro Monat. Aber schön renoviert für sechs Personen mit Strom und Wasser und Internet und allem, was dazugehört. So, alle sind ein bisschen am schwitzen. So, und hier geht es jetzt Richtung Shopping Center Faro an unserem Superman vorbei. Und am Auto, äh, am Fahrradvermieter da vorne am Restaurant Steakhouse Toho 2. Und meine Kamera, wenn ich die anfasse, dann ist die auch schon richtig schön warm. Ich wurde gefragt nach unserer Schwedin, ja, die mit dem kleinen Wagen. Sie ist immer noch hier, aber sie hat mittlerweile einen größeren, ja, einen Wagen bekommen, einen Campingwagen, wie man würde sagen würde, einen VW-Bus in der Größe. Sie ist aber immer noch hier gestrandet. Freut sich über die Besuche natürlich auch, wenn man mal mit ihr spricht und ein bisschen vielleicht für sie übrig hat. So, wir sind wieder hier am Alpericoccus. Das war eine kleine Rundreise und ich sage jetzt ganz einfach noch mal mit dem Blick aufs Thermometer. Aber wärmer kann es jetzt gar nicht sein. So, ich habe hier das Thermometer vor mir und es zeigt jetzt 36 Grad an und das, glaube ich, kann gerade auch noch stimmen. So, und mit diesen Aufnahmen, das sage ich jetzt ganz einfach auf Wiedersehen, hasta luego, bis zum nächsten Mal. Ja, noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe das Thermometer dann nochmal hier außen postiert, in den Schatten gestellt, nicht in die Sonne hier am Pool, wo es mit Sicherheit nicht wärmer ist wie woanders. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was das Thermometer anzeigt. Also, es hat genau 36,3 Grad. Ja, und was ist davon oder dafür dann die einzige Möglichkeit? Genau ein Sprung in den Pool und das werde ich jetzt auch machen. So, und mit diesen Bildern sage ich hasta luego. Ja, noch ein Sprung in den Pool. Ja, noch ein Sprung in den Pool. Ja, noch ein Sprung in den Pool. Bis zum nächsten Mal.